So, und damit herzlich willkommen an diesem wunderschönen Samstag, das ist jetzt nur Teil 1 dieser, ähm, man kann es schon eine kleine Episode nennen. Ja, ähm, heute zeige ich euch mal so ein bisschen, was ich in Mindtest gebaut habe und ich spiele jetzt seit einem Jahr Mindtest und was ich in dieser Zeit so gemacht habe. Ähm, wir fangen erstmal direkt an, zuerst, als ich das erste Mal, ich hab mir ungefähr, als ich 13 oder 12 war, hab ich mir mal Mindtest runtergeladen, hab das mal eine Weile gespielt im Singleplayer. Und dann bin ich irgendwann, dann hab ich's vergessen, das Spiel, und hab dann ungefähr vor einem Jahr, hab ich's wieder gefunden und dachte mir, cool, lass mal damit auf den Multiplayer gehen. Und dann bin ich auf ein paar Server gejoint, die haben mir aber eigentlich gefallen und Wildes Land war der erste Server, der deutsch war und den ich dann gefunden hatte. Und ja, ähm, da bin ich jetzt hier drauf gejoint, ähm, ich zeig euch einfach mal so, erzähl euch mal ein bisschen, was ich jetzt hier gemacht hab. Aber, ja, ich bin halt Spawn 2, bin am Spawn 2 gejoint und, ja, dann bin ich erstmal hier hingelaufen, Home 1, so. Dann bin ich jetzt erstmal hier hingelaufen, ähm, weil ich wusste, ich, also ich war damals sehr, sehr dumm und wusste noch nicht wirklich viel über Mindtest und so, Multiplayers und Krams. Ähm, und hab mich erstmal in die Erde vergraben, weil, ähm, die Namestacks da nicht sichtbar waren. Also ich dachte, also ich hab, ich war hier unten und hab die Namestacks von oben nicht gesehen, weil da oben ist immer Kakao rumgelaufen. Und ich wollte halt, dass ich erstmal um, äh, ich wollte mich erstmal selbst ein bisschen umgucken und, ja, weil PvP auch noch an war, hatte ich da ein bisschen Angst. Deswegen hab ich mich in die Erde gegraben, minus 42. Ähm, ja, genau, ähm, hier unten war ich sicher erstmal vor allen anderen, weil mich keiner gesehen hat, wegen den Namestacks. Und, ja, hier hab ich erstmal eine Zeit lang gelebt, aber ich bin dann, musste immer mal wieder hochgehen. Und, ähm, ja, genau, ich musste immer mal wieder hoch und hier oben ist aber Kakao rumgelaufen und hat mich dann gekillt. Dann bin ich am Spawn rejoined, weil ich halt nur von Home und dem anderen Krams halt keine Ahnung hatte. Ja, bin ich halt rejoined und bin hier wieder hergelaufen und da hab ich mich auf dem Weg fünfmal gekillt. Und da dachte ich mir irgendwann, okay, nimmst du deine Sachen und haust ab. Als er dann vom Server war, dachte ich mir halt einfach so, haust du ab. Okay, haust du ab. Ähm, dann bin ich, ich muss, jetzt muss ich wieder Koordinaten ausmachen, weil da, wo ich jetzt hingehe, das sollte keiner wissen, wo das ist. Slash Home 2. So. Ähm, hier, das ist hier jetzt, das ist halt irgendwo, das ist relativ weit weg vom Spawn. Ich bin halt relativ weit weg vom Spawn gelaufen und hab mir hier diese kleine Mauer aufgebaut. Ballon gab's damals noch nicht und ich hab hier halt einfach eine Area draußen umgezogen, damit hier sich keiner hochstacken kann an der Mauer. Und dann war ich hier erstmal sicher, hier kam erstmal so schnell keiner rein. Hier hab ich jetzt erstmal eine Zeit lang gelebt, ähm, und, ja, hab hier erstmal ein bisschen gelebt. Hab ich hier ein bisschen aufgebaut. Warum ich euch jetzt nicht Koordinaten zeige, ist deswegen, weil das Ganze hier im Multiplayer unprotected ist. Also, auf wildes Land ist es hier unprotected, weil irgendwie die Areas ausgehen. Und das ist eh so weit vom Spawn weg, das findet so schnell keiner. Ich glaub, es weiß auch noch keiner, wo es ist, außer es hat irgendjemand mal gefunden. Und ich probier halt immer mal wieder mit Mesekons rum und so ein Krams. Ähm, ja. Hier hab ich mich dann erstmal so ein bisschen gebaut. Hier hatte ich dann allerdings noch keine Area. Und dann, ich war noch auf der 0413. Dann hab ich auf die 0414 geupdatet. Und dann kam ich nicht mehr mit meinem alten Account, der damals noch Talklounge hieß, aber das L war klein. Das T war trotzdem groß. Äh, und dann hab ich mich halt umbenannt. Ähm, dann hab ich halt großes T, großes L, wie ihr mich jetzt heute kennt. So, hab ich mich dann genannt. Und, ähm, hab mir dann hier wieder hergelaufen und hab hier wieder alles weitergemacht, weil ich auch noch keine Locked Chests und sowas hatte. Das kam dann erst später. Und als ich dann hier, hier hab ich dann eine Zeit lang gelebt, ungefähr so einen Monat oder so. Ich hab hier jetzt auch nochmal an Home, ich glaub war es 4 oder so. Genau. Ich hatte, als ich dann hier gelebt, als ich dann, ähm, gelebt hatte halt, ähm, da halt gelebt hatte, wo ich euch eben gerade gezeigt hab, hatte ich dann schon die erste Idee vom Großprojekt, hab versucht eine Jump League Arena zu bauen. Äh, das war jetzt allerdings auch noch hier der alte Account. Und das war noch alles mit dem alten Account Protected. Deswegen hab ich hier auch nie weitergebaut. Das ist übrigens relativ nah am Spawn. Da kann ich auch wieder Koordinaten anmachen. Genau. Ähm, genau. Und dann hab ich halt nochmal meinen Account gewechselt, dann konnte ich das natürlich hier nicht mehr betreiben. Ähm, und das nächste, was ich dann nach dem Steinhaus sozusagen gebaut hab, war, äh, Home 30, glaub ich, genau. Ich hab hier ein Spawnhaus hingebaut. Jetzt stürzt nicht bitte schon wieder ab. Bitte nicht schon wieder abstürzt. Ich hab nämlich grad schon dieses ganze Video aufgenommen. Hab, dann ist am Ende, als ich mich grad verabschiedet hab, ist mein Mindset einfach gecrasht und meine Aufnahme war Schrott. Super, ne? Hier, hier, also, damals gab's ja auch noch Protection Blocks. Hier sind, hier stand ungefähr mein Spawnhaus 1. Das wissen auch viele nicht, dass es ein Spawnhaus 1 gab. Ja, ähm, herrscht dann mal bei Spawnhaus 1. Das hab ich hierhin gebaut, weil hier noch Bookies Areas waren und so ein Krams. Ähm, das hat dann später alles mir übergeben. Und hier wollte er übrigens eine Stadt hinbauen, die hat er dann, der hat mir dann die ganzen Areas übergeben, weil er auf dem Server jetzt nicht mehr so viel spielt. Und ich hab dann hier, ähm, hab ich dann hier mein Spawnhaus hin, hab ich mein Spawnhaus hier abgebaut und hab das dann hier hingebaut. Das kennt jetzt jeder und, ähm, das muss ich euch auch nicht groß zeigen. Ja, ähm, und hab die Area hier freigegeben. Deswegen ist die Area hier auch ein bisschen größer, weil die noch von Bookie protected wurde und der hat der Area's High Limit. Und, ähm, hier hab ich übrigens, das ist übrigens meine TNT-Fahrie, die ich in der ersten Folge schon ausgelöst hab, um zu zeigen, wie viel Schaden, äh, ja, egal. Ähm, was für einen großen Ausmaß an, wie viel TNT ich da drin hab und dass du dann instant gekillt wirst, wenn du versuchst, um meine Mine dicht zu hacken. Ja, ähm, dann gehen wir jetzt mal Home 4. Also, ich hab ein Spawnhaus gebaut und dann bin ich irgendwann umgezogen. Home 4 ist einfach das hier. Alles klar, da war ich einfach schon so, Home 5. Genau. Ähm, ich hab nämlich, ähm, alles klar, ihr scheiß Dörtmonster, hab ich, hab ich, ja, ich hab, gut. Ähm, ihr könnt mir nix. Dann hab ich also, als ich mit dem neuen Account da war, dann hab ich, und noch im Steinhaus gewohnt hab, hab ich jetzt erstmal angefangen, die Jumplick Arena neu zu bauen. Ähm, das hab ich aber, dieses, dieses ganze Projekt hier hab ich erst fertiggestellt im letzten, letzten Jahr, ähm, vorm Hochsommer. Und es ist hier einfach eine Jumplick Arena, wo zwei gegeneinander spielen können, ist auch nicht wirklich interessant, könnt ihr euch auch alles angucken. Die meisten Sachen sind im Kompass und wo die Sachen, die nicht im Kompass sind, äh, seht ihr ja die Koordinaten jetzt und könnt ihr da hingehen und wo ihr nicht die Koordinaten habt und es auch nicht im Kompass steht, da will ich auch nicht, dass ihr hinkommt, deswegen zeig ich euch das nicht. Ja, ähm, also sag ich euch nicht die Koordinaten. Das hab ich jetzt hier, das war mein nächstes Großprojekt, was ich jetzt so gebaut hatte. Ja, äh, das hab ich dann, also, ich hab mehrere Sachen hinter, äh, während gleichzeitig sozusagen gebaut. Mein nächstes Großprojekt, was ich dann gebaut hatte mit Nede.to und Ding, war der Lavabadesee, der ist auch im Kompass. Ähm, das ist hier einfach ein Lavabadesee, da haben Nede.to und Elias gemeint, ähm, und haben dann hier auf diesen, sind auf diesen Lavabadesee gestoßen. Und dann haben wir hier zu dritt, also die hatten das mir dann erzählt, und dann haben wir hier zu dritt, äh, haben wir jetzt hier ein Lavabadesee. Ich muss mal ein Haar ausmachen und flucken es an. Kann ich euch auch mal kurz zeigen, es ist eigentlich sinnlos, wenn ich euch das alles zeige, hier sind ein paar Shops. Das sind, hier sind es übrigens die gleichen Shops wie am Lavabadesee 2, den wir dann später gebaut hatten. Äh, also das, den Krams kann man hier jetzt kaufen. Ähm, hier ist, das muss ich mal anmachen, hier ist noch ein Streich dazu. Für Tiere, die büxen allerdings immer aus und verschwinden irgendwie seltsamerweise immer, deswegen, hier komm, ich nutze jetzt einfach die Tür hier, das ist, dafür ist es doch da. Ja, oder so kann man es auch machen, alles klar. Ja, so, ähm, dann haben wir jetzt hier noch eine Achterbahn, so eine schöne kleine Achterbahn. Ja, genau, eine kleine Achterbahn. Und, ja, ähm, genau, das ist einfach der Lavabadesee 1. Wie gesagt, empfehlen wir auch ein Kompass und alles Mögliche. Jetzt gehe ich mal zur Home 7. Ich preisse jetzt trotzdem noch in 15 Minuten durch, hier 20 Minuten, sowas. Muss ich gar keinen Teil 2 machen. Das ist hier der, ich teleporte mich noch mal kurz in Home 3, so. Ähm, was ihr hier seht, ist meine 1000 Meter Plattform und wenn du hier hoch gehst, dann bist du an Home 7. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? So, jetzt habe ich aus. Man kommt jetzt also hier hoch, hier ist das hochgekackselte Ding. Äh, man kann hier entweder runterspringen oder man kann hier, kommt man hier natürlich auch auf die Plattform drauf. Ähm, ja, genau, jetzt muss ich erstmal hier hochfliegen. Hier haben schon einige Leute gebaut und das ist auch ganz nett geworden, dass die Leute hier gebaut haben. Ja, ähm, genau. Das ist recht cool, was die Leute hier so gebaut haben. Und, ja, ähm, wer hier ja auch oben bauen will, der muss mich halt verfragen, den lasse ich dann hoch und, genau. Ich zeige euch mal kurz, wer hier alles gebaut hat. Das ist von Nele Thio, das ist von Alep hier, das ist von Mboy30, das ist hier von Endergirl oder Little Big. Hier ist von Stoneman. Ich glaube, hier kommt nichts mehr, doch hier hat NT34 oder NT43 gebaut, die wurde aber gebannt. Ähm, und hier hat Martin gebaut. Dann haben wir jetzt hier noch von Emil Gommel sein Haus. Dann haben wir jetzt hier von Palpatine sein Haus. Snorxor hat hier gebaut. Äh, Florian23, der war auch schon lange nicht mehr am Server, hat hier auch gebaut. Und ich glaube, das war es auch schon, genau, auf der Seite war es das. Dann hat jetzt hier noch Flemmi gebaut, das ist hier von Flemmi, das ist hier von Jujul, also Arena-Meister. Das ist hier von Anakin und hier hat noch Bio gebaut, das ist alles so, was er gebaut hatte. Ja, ähm, ja, es gibt übrigens noch einen weiteren Teil. Hier ist das Imperium, das hat jetzt Elias aufgebaut. Palpatine und so haben hier was gebaut und, ähm, da sozusagen, ja. Ja, also ich habe Elias halt auf die Plattform gelassen, da gab es auch keine Regeln, wie man, äh, wann man sozusagen auf die Plattform kommt, äh, unter welchen bestimmten Bedingungen man dazustimmen muss. Und dann hat er einfach, äh, äh, dann hat er Palpatine und Ding hierher gelassen und die haben dann halt einfach hier was gebaut. Einfach nur diesen Sternsatzstörer, dann hat Elias noch diesen, keine Ahnung, was das hier ist, gebaut und dahinten haben sie auch noch irgendwas gebaut, keine Ahnung. Ähm, ja. Ja, ähm, und Elias hat es dann so freund, weil er, weil er mal wieder Lust hatte weiterzubauen, hat es jetzt hier schon, vielen verschönert und so sieht es aus und dann habe ich jetzt auch zugestimmt, dass es jetzt hier verbunden wird, äh, via Großzornbrücke. Genau, ähm, ja, dann gehe ich jetzt mal an mein Home 8. Ja, ähm, das ist hier das nächste, was ich so gebaut habe, das ist mein Spawn-Restaurant. Hier kann man einfach hochschwimmen und dann hat man hier so ein kleines Restaurant, ja, keine Ahnung. Dann gehen wir jetzt noch an mein Home 9. Ähm, hier habe ich jetzt einfach so ein bisschen, das ist, das ist jetzt übrigens der Lava-Badesee 3, äh, 2, genau. Der Lava-Badesee 1 habe ich euch vorhin gezeigt, hier ist halt der Lava-Badesee. Hier sind ein paar Sprungstürme, so, keine Ahnung, bla, das ist halt, ja, hier ist nur ein Restaurant, hier unten ist noch ein Lava-Panorama. Ähm, hier unten haben wir noch ein Lava-Panorama, ja, keine Ahnung, das ist halt einfach, äh, der Lava-Badesee 2. Den habe ich mit Flammy, äh, Emel, Gorma, also Elias und ich zusammen haben den gebaut. Hier hinten haben wir auch noch so ein bisschen was gebaut, dann haben wir jetzt hier auch noch, hier sind wieder die Shops. Das sind übrigens die gleichen Shops wie bei Lava-Badesee 1, habe ich, glaube ich, auch schon gesagt. Ähm, und hier unten ist noch ein Restaurant, genau. Ja, äh, das ist eigentlich alles, was es hier so bieten gibt. Wie man da hinkommt, das, das steht auch alles im Kompass drin, also das ist jetzt, das muss ich eigentlich gar nicht zeigen. Home 10. So, ähm, genau. Ich habe jetzt nämlich auch noch was gebaut, das habe ich, ja, das ist gar nicht mal so lange her, dass ich das gebaut habe. Also hier ist jetzt das Ding, hier ist mein Spawnhaus. Und, ähm, Spawnhaus könnt ihr ja, das muss ich euch noch nicht zeigen. Und hier, hier ist dieser, hier ist dieses, äh, Ding. Der Lava-Badesee 2, der ist hier, da geht es hier runter. Jetzt pflege ich mal kurz wieder zu. Home. So, ähm, ich kann auch einfach so machen. So. Hier sind wir jetzt am Spawn. Ähm, hier, ich habe nämlich noch einen Wasserweg gebaut, da pflege ich jetzt mal kurz entlang hier. Hier an dem vorbei. Dann die Glasbrücken habe ich übrigens auch alle gebaut. Und ein paar, ein paar Bahnlinien habe ich auch gebaut. Zum Beispiel die zu Bio oder zu Doppik, also ich habe die halt mit Bio und Doppik zusammengebaut. Zum Tourjump League Arena habe ich die auch gebaut und sowas. Und hier fängt jetzt mein Wasserweg an. Äh, den habe ich, ja, den habe ich natürlich gebaut, logischerweise, sonst würde ich den euch nicht zeigen. Hier hat ehemals Rixel gebaut, hier ist die Rixel-Gegend. Äh, ja, kennt wahrscheinlich viele nicht mehr. Ist ein gewandter Spieler, der jetzt ziemlich viel Unsinn gemacht hat. Ich grüße Rixel an dieser Stelle trotzdem mal, auch wenn das die sehen wird, aber gut. Hier ist übrigens dieser, ähm, Sandbahnhof von Brummi. Ja, hier ist der Sandbahnhof von Brummi und hier unten geht der Wasserweg entlang. Dann fliege ich mal weiter, weil der führt auch noch zu Zwurgel und zum mittelalterlichen Dorf von, ähm, den Rittern, genau. So, jetzt fliegen wir hier kurz mal lang. Dann mal bitte neu. So, genau hier. Hier sind wir jetzt nämlich bei dem See. Das ist ein recht großer See. Und hier haben wir Tiefenstein, heißt es, glaube ich. Mir ist in der letzten Aufnahme auch schon nicht eingefallen. Hier ist der Waren-Tempel von Zwurgel auf jeden Fall. Äh, bitte nicht hingehen, ist viel zu teuer. Ich kann mal kurz zeigen, was der für angebotet hat. Ähm, das ist eigentlich so dumm, dass ich das im Video sage, aber gut. Ähm, hier, warte. Ich kann ja mal kurz zeigen, was er so an Preisen hat. Ich glaube, der hat es mittlerweile auch schon billiger gemacht, aber der hat da auf jeden Fall recht teusere Preise mal. Also, ein Kopperlump für 8 Glas. Was haben wir hier noch? Ein Gold für 32 Glas. Ein Kopper für... Also, das ist echt witzlos, was er hier verkauft. Ähm, ich muss jetzt auch mal kurz hier hochfliegen. Und er verkauft ja auch noch andere Sachen. Was ist das denn hier eigentlich? Ist auch scheißegal, also der hat... Der ist scheißegal, was er hier verkauft. Ähm, ja. Der ist recht teuer. Also, manche Sachen sind ja auch billiger, aber... Das ist einer der teuersten Shops mit Hektik zusammen. Grüße gehen an dieser Stelle auch an Hektik. Ähm, so. Ich weiß gar nicht. Hier ist halt dieses Tiefenstein-Bla-Ding. Das heißt doch Tiefenstein, oder? Ich weiß es gar... Ich bin mir gar nicht sicher, was ist... Steht das hier irgendwo? Ja, das heißt Tiefenstein, genau. Hier ist auch noch irgendein... Alles was... Klar, was ist denn das? Lol. Kenn ich ja auch noch gar nicht. Alles klar, was ist das? Wo geht das hin? Ist jetzt auch scheißegal eigentlich. Geht's hier irgendwo hoch. Alles klar, ach so. Das geht jetzt hier. So Zwurgels, ähm... Haus, was er hier gebaut hat, ist auch... Leicht übertrieben kann das sein. Kann das sein, dass das ein bisschen übertrieben ist? Also... Also ich mein, ein Haus bauen, schön und gut, aber... Also, ja. Ist halt krank. Ich werde übrigens noch eine Servershow, also so ein wildes Land, Trailer sozusagen hochladen. So wildes Land, das werde ich auch noch zu anderen Servern machen, aber... Ja, genau. Ähm... Ja. Ähm... Mir fällt gerade wieder ein, was für ein Video morgen kommt. Dann fliegen wir mal schnell geschwind zu Home 11. Was war Home 10? Ah ja, genau. Dieser Wasserweg... Nee. Der Wasserweg geht jetzt hier noch weiter. Den wollte ich... Den wollte ich auch nicht noch... Äh, wo war denn der jetzt hier? Ah ja, genau hier. Der geht nämlich noch weiter. Den wollte ich noch zeigen, wo der denn noch hinführt. Äh, fliege ich jetzt mal kurz hier entlang. Das dauert jetzt ein Weilchen, bis ich da da bin. Ja, dauert ein Weilchen, bis ich da hingeflogen bin. Ja, äh, und ich sollte mir vielleicht auch mal ein paar Äpfel geben. Give me default... Doppelpunkt Apple 10. So. Sonst verhungere ich hier. Äh, fliegen wir mal weiter. Hier kreuzt übrigens die Bahnlinie zum Kamensburg ein paar Mal meine... Mein Wasserweg hier. Der sollte ursprünglich zu Spawn 1 führen. Allerdings haben Protections von der Mittelalter... Vom Mittelalterdorf, äh, das verhindert. Das heißt, es führt jetzt nur zum Mittelalterdorf. Und weiter konnte ich noch nicht bauen. Weil da noch deren Protections sind. Ähm, eigentlich sollte das hier zum Spawn 1 führen. Ja. Ist halt ein bisschen dumm, dass da halt genau was im Weg ist. Ich hab halt vorher auch nicht geguckt. Weil ich wollte den ganzen Weg jetzt auch nicht ablaufen. Ähm, ja. Das ist auf jeden Fall recht lang. Ich glaub, der ist zwei oder drei Kilometer lang, dieser... Wasserweg hier. So, wir sind gleich da. Ich hoffe, wir sind gleich da. Ja, wir sollten gleich da sein. Sind wir gleich da? Ich weiß Gott gar nicht. Aber wir sollen gleich da sein. Doch, doch. Sind wir gleich da? Äh, geht das hier? Achso, jetzt hier. Genau, hier kann man sich hochschiften mit dem Shift-Bug. Äh, und hier ist halt dieses Mittelalterdorf von den Rittern. Ja, keine Ahnung, bla, das ist halt langweilig. So, teleportiere ich mich nochmal an Home 11. Achso, das ist genau das letzte, was ich gebaut habe. Das ist auch ein Kompass. Ähm, ja. Das ist einfach eine riesige Pyramide. Eine aufgeschaffelte Pyramide. Ähm, ja. Da habe ich meinen ganzen Koppel verbaut. Ich habe jetzt nur noch eine Kiste Koppel. Ja, hier habe ich einfach meinen ganzen Koppel verbaut. Das ist ungefähr 100x100. Also, also wenn man jetzt hier... Ja, Leck halt noch mehr, lol. Wenn man jetzt hier steht, dann hat es in jeder Richtung einen Radius von 50 Metern. Äh, so groß ist das Ding. Hier ist halt diese Schiffsschaukel, wie man sie im Freizeitpark kennt, habe ich hier mit Minecarts gebaut. Ja. Äh, habe ich noch in Home 12. Ne, habe ich nicht. Okay, das heißt, ich teleporte mich wieder in den Spawn. Ich weiß gar nicht... Ich glaube, das war Home 10, oder? Ja. Hier bin ich wieder am Spawn, genau da, wo ich angefangen habe. Ich kann auch nochmal kurz hier in mein Spawnhaus rein, obwohl das kennt ihr alles. Das muss ich euch nicht wirklich zeigen. Ja, ähm... Genau. Ähm, ja. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Und, ja. Ähm, ich werde es jetzt wohl doch nicht auf zwei Teile aufsplitten, weil... Obwohl... Ne, ich lasse es, glaube ich. Ja, dann muss ich mir... Genau, um 15 Uhr heute kommt nochmal ein Video. Und, ja. Genau, das war es jetzt soweit. Und, ja. Ich hoffe, dir dieses Video hat euch gefallen. Und dann danke fürs Zusehen. Und, ja. Tschüss. 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 Vielen Dank.